Diese luftigen und fluffigen Käsebrötchen sind ein wahrer Traum und dazu auch noch mega lecker. Dafür brauchen wir Wasser, eine Packung Trockenhefe und ein Teelöffel Zucker. Dazu kommt Mehl, vier Esslöffel Olivenöl, zwei Teelöffel Salz und eine Handvoll geriebener Käse. Das Ganze verrühren wir dann, bis ein geschmeidiger Teig entstanden ist. Diesen decken wir ab und lassen ihn für 45 Minuten gehen. Danach teilen wir unseren Teig in sechs bis acht Stücke, je nachdem wie ihr wollt, und formen daraus schöne Brötchen, aber nicht durchkneten, sondern nur leicht formen. Decken sie dann nochmal für zehn Minuten ab, verquören ein Ei mit einem Esslöffel Milch und bestreichen dann unsere Brötchen damit. Zum Schluss geben wir obendrauf noch geriebenen Gouda-Käse und nun backen wir sie damit 200 Grad Ober-Unterhitze für circa 20 Minuten. Und so schnell und einfach haben wir diese mega leckeren Käsebrötchen fertig gebacken, also probiert es unbedingt aus.